Durch, durch, durch. Puschen. Oh ja, du schließt noch ganz einfach. Ja, ich weiß. Ich hab doch kein Zu. Drei, das sind noch zwei. Sind übel viele. Okay Leute, was geht bei euch? Heute ist ja frisch die neue Karte Operation Underground, beziehungsweise Metro bei Battlefield 5 mit ins Spiel gekommen. Und ich will mich jetzt nicht zu früh reinhypen, aber bis jetzt ist es echt gut, bis richtig, richtig gut. Alle Befürchtungen, die ich so hatte, die existieren einfach nicht. Also so beispielsweise MMG und Panzerbüchsen und so weiter. Dass das extreme Zustände annimmt. Aber das war jetzt einfach nicht so. Einfach wegen diesen vielen. Es ist ja nicht das alte Metro. Es gibt ja so viele neue Gänge und das ist auch nicht zu viel. Das passt einfach irgendwie. Also wir haben jetzt ein paar Runden gespielt, irgendwie fünf, sechs Runden. Das passt einfach. Man ist immer gut durchgekommen. Egal wo gerade viel los war. Dann gab es immer noch zwei andere Wege außenrum und so weiter. Klar, es ist pure Action, pures Chaos. Aber ich bin mir ziemlich sicher, alle, die das nicht so ganz feiern, wenn Rush ins Spiel kommt für Metro. Und das vielleicht sogar dauerhaft. Mit 32 Spielern, 16 gegen 16, dann wird das auf der Karte so reinballern. Leute, ich habe heute zusammen mit Akku und Chamify gespielt. Akku ist ein alter CS und Battlefield 3-Mate von mir. Vielleicht kennt ihr noch der ein oder andere. Und Chamify, der war ja schon ein paar Battlefield 5-Videos mit dabei. Leute, jetzt gibt es eine schöne Live-Runde für euch. Ab geht's. Okay. Rechts rum, links rum? Wir laufen direkt links rum. Wie schnell da vorne smoken. Oh no. Nails rüber. Dann hier direkt rein. Öh, die sind hier oben. Die können hinter uns das Haus auch. Kommt mal da rein. Oh, ich habe Legs. Einer ist bei meiner Leine. Hinter den. Die sind schon hier oben. Hinter den. Kompletter Flank. Bin bei dir. Ich gehe jetzt ins Haus rein. Ich bin gerade kein. Ich habe hier drei Stück. Ist keiner mehr drin? Jimmy, links? Ja. Den habe ich auch. Okay, welchen Gang nehmen wir? Komplett rechts? Lass komplett rechts sehen. Rechts bei Jimmy, oder? Durch, 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 durch. Okay, ich gehe durch, ich gehe durch. Wenn ihr Downside spawnt bei mir. Moment, Moin. Shit. 3, 2, 1, jetzt. Lass hinten hoch. Ja. Ich such gerade den Aufgang. Oh, einer liegt hinten auf dem Dach. Die haben uns gesehen. Ich gehe hier einfach schnell hoch. Oh nein, hier ist alles zu gedingst. Nein. Mach da mal eine Granate hin. Nein, wie kann man das abbrechen? Das geht nicht kaputt. Warum geht das nicht kaputt? Scheiße, ich habe... Ich bin hinter allen, aber es geht nicht kaputt. Hier. Oh, ne, da geht's runter. Oh Mann, ich will da hoch. Da sitzen alle. Diese Mauer. Ich gehe auf der anderen Seite hoch. Andere Seite geht's hoch. Und jetzt ist hier keiner mehr. Ja, Moin. Jawohl. Okay, wir können weiter, wir können weiter. Oh, Dynamit. Oh Gott, jetzt wird gecampt. Nein, 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 Hilfe. Hat er die? Okay, durch. Raus, raus, raus. Warum kommt man hier in die Fenster nicht rein? Was ist das? Wir müssen hier durchflanken. Dann flanken wir hier durch. Komm hier links rein. Oh, ich bin im Büro. Ich brenne auch. Okay. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube auch. Ich nehme mich noch mit. Ich glaube, ich habe 10 Kills gemacht. Schöne Durchfahrt. Letzter Trupp. Ja, lag nicht an dir, Jimmy. Okay, Eroberung. Wollen wir komplett rechts rumflankieren? Ja, ja. Hä, man kann hier oben lang? Theoretisch, guck mal auf die Map. Wir können auch oben rum komplett anrufen. Nee, das können wir nicht. Ich glaube, da vorne ist Ende bei der Markthalle. Ja, okay, dann kommen wir ab durch den Kanal. Oh, hier gibt es einen Kanal jetzt schon? Bruder, guck mal hier, wie krass der Kanal ist. Übel. Richtig geile Röhre. Irgendwie muss ich hier reingehen. Ja, hier vorne. Hier. In die Markthalle. Direkt hier hoch, direkt hier hoch. Oh, ich gehe einfach rein. Hoch der Akku. Oh, noch zwei, drei. Ich gehe einfach rein. Ich gehe einfach rein. Fretz mich einfach, fixen Leber. Ich wurde von einer Nate genaded. Ich muss hier erstmal einen fixen Killer machen. So, und jetzt kommt der fixen Leber rein. Jetzt ein fixen Leber. Oh, oh. Was war das denn jetzt? Im Kampf gefallen hat er aber irgendwelchen Explosivfässer da so. Komm jetzt, lebe mich. Du bist verrein. Ja, geil. Wo bist du hier jetzt? Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich lebe. Ja, ja. Oh nein. Ich bin da hinten. Okay. Lass mal hier einfach aus den Fenstern springen. Go, go, go. Okay. Die Mann hier. Rechts von uns, rechts von uns. Oh. Loh, der hat das geleckt gerade. Oh nein. Oh Gott. Lass mich durch. Sorry. Ja, das sind voll. Ja, was? Durch, 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 durch. Das sind Freunde da, Alter. Durch, durch, durch. Mach die linke Seite flecken. Oh Gott, da sind mehrere. Ich gehe rechts rum. Akku, pass auf, hier ist Wasser. Oh ja, da sind auch zwei Gegner. Oh ja, ich sehe es. Oh Gott. Rückzug. Ich chill mal im Wasser, kurz. Oh, hier sind übel viele. Ja, weg. Oh Mann, Chemi. Brennen wir nicht, Janosch. Lass mal, lass mal rechts rum. Da, da. Ich weiß nicht, wie ich markiere. Aua. Ah, Nate. Okay, jetzt sind wir jetzt. Du sitzt in deiner Ecke oder so. Oder der hups. Das Wasser. Das Wasser hups auch nicht, Chemi. Durch, durch, durch. Ja, moin. Du musst auch retten, ne? Er hat eine Handgranate geworfen. Okay, schnell hier rum. Jetzt hält mich mit auf, jawohl. Bist du alleine, Janosch? Oh ja, ich merks. Komm zu dir. Warum gibt's? Durch, durch, durch. Puschen. Oh Janosch, du bist am ganz einfach. Ja, ich weiß. Ich weiß doch kein zu. Drei, das sind noch zwei. Sind übel viele. Oh, ich stehe übel auf Metro, ich schwörs euch. Oben. Oh, komm schon. Abpuschen, abpuschen. Oben ist einer, hab ich. Oh nein, fällst du hinten. Der ist oben rechts im Haus. Andere Straße Seite. Dann gönnen wir uns den. Müssen das erste Haus rein. Ja. Nein, wir haben unten verloren. Nein, meine, nein. Sie ist runtergefallen. Ganz oben. Zugriff. Hier ist keiner. Hinten links bei der Kiste da. Nach vorne. Oh Gott, was macht der eine Rolle? Keine Position unter Kontrolle. Gebt die nicht mehr her. Okay, ich glaub wir haben hier alle. Oh, die haben C. Dann haben sie gleich B, dann lass schon mal zu B laufen. Komm, lass einfach wieder rein hier. Einfach rein hier. Hier rechts sind welche. Oh. Die sind da alle. Sind da alle. Sind da alle. Oh mein Gott, wie viele waren das? Vier, fünf? Ich glaube, hier werde ich nicht mehr gesetzt. Ich komme, Jemmy. Ach du Scheiße, Jemmy, wo bist du denn? Ja, fix der Heber kommt rein. Nice. Von wegen, er rett's die. Ich würde noch gerne einen Kill machen. Für die Clean 40-0. Das ist doch. Oh nein. Puh. Okay, den Cheater lassen wir mal außer Acht. Stabile Runde. Was ist eigentlich los mit euch? Wie kommt der mit dem vielen Rückschuss klar ohne Raubtier-Scan? Warte mal, Raubtier-Squartier. Was seid ihr für los? Ich mag den. Niemand mag den, aber jeder spielt ihn. Fällt dir was auf? Oben, links, Janosch. Ja, hab ich. Oh, der Cheatet. Wartest du nicht, ich bin durch? Ich bin im Haus, oben. Okay. Ich pushe auch durch, pushe auch durch. Akku, hier hinter dir, hinter dir, hinter dir. Habe ich, habe ich, habe ich. Wissen du nicht? Zwei hinter dir, zwei hinter dir. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Guck mal, ist es so. Links, ne? Da unten sind noch welche. Oh Gott, links. Oh, ein Rätsel. Augebude. Alter, das macht so Bock, wenn die Teams pushen, ne? Ja. Warum stuck das hier? Einfach rein, Jungs. Hoch hier. Durch hier. Ich bin oben, ich bin oben hinter allen. Ah, da saß noch an deiner Ecke. Ich komme, ich komme, ich komme, ich bin gleich da. Chill kurz. Oh, oh Gott. Jimmy? Ja, das ist einfach eine leichte 3. Ja. Also man kann mich nicht ganz safe retten. Oh, das war knapp, Alter. Ich hab euch doch im Blick. Sehr gut. Da kommt einer direkt vor uns. Hab ich. Ja, was? Okay, lass rechts rum, rechts rum, rechts rum. Am Haus da, vorbei. Oh, ich bin hinten, der in Spawn oder so. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Das ist noch ein Problem. Der noch? Okay, schon wieder die absolute Durchfahrt bei Durchbruch. 17.0. Wie viele? 600 Tickets noch übrig. Schönes 17.0. Ja, Jimmy, macht ja Screenshorting an die Wand. Ja, Leute, Metro ballert echt gut rein, finde ich. Was haltet ihr von der Karte? Habt ihr es schon gespielt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like gegeben. Auch vielen Dank dafür und tschüss. Wie er macht den Kampfes. Ja, das ist wirklich Metro. Ja, das ist wirklich geil. Vielen Dank.